Musik Willkommen beim neuen Volkswagen Bus T6. Der Bulli Nr. 6 erlebt einen Retro-Comeback, zumindest ein farbliches, denn die weiß-rote Lackierung trug schon der allererste VW T1 mit dem liebevollen Spitznamen Bulli. Die neue Generation VW T6 ist für nicht geübte Augen auf den ersten Blick nicht sofort als solche zu identifizieren. Zu gering sind die kosmetischen Eingriffe an der Außenhaut. Doch die etwas veränderten Linien an der Frontpartie in Kombination mit den neuen Scheinwerfern mit LED-Band sind so klar und scharf gezeichnet, dass das äußere Erscheinungsbild einem sehr modernen und eleganten VW T5 gleicht. Das Interieur ist komplett neu gestaltet. Die Instrumententafel ist bei der neuen T-Generation waagrecht in das Cockpit eingearbeitet und alles ist auf Anhieb klar und aufgeräumt. Das neue Multimedia-System ist in einem flachen Winkel in zentrale Konsole eingelassen, die in vielen verschiedenen Dekoren von Aluminium überlackiert bis hin zu Leder geordert werden kann. Zudem stehen zahlreiche Ablagefächer zur Verfügung, die sich je nach Modell unterscheiden können. So gibt es im Transporter mit Doppelsitzbank vorne andere Ablagemöglichkeiten und einen anderen Instrumententräger als beispielsweise im Transporter mit Beifahrer-Einzelsitz. Wie seither üblich gibt es auch beim neuen VW T6 drei Grundarten der T-Baureihe. Das Nutzfahrzeug in Form von Kastenwagen, Pritsche, Doppelkabine und Kombi, die Großraumlimousine in verschiedensten Ausstellungslinien Multivan und Karavelle, sowie das Freizeitmobil California. Die Umsicht ist, VW-Bus typisch, auch im VW T6 erstklassig. Auch ohne die elektronischen Helferleihen, wie beispielsweise Rückfahrkamera oder Park-Distance-Control, ist der VW-Bus auf geringem Raum deutlich besser zugebewegen als so manch Mittelklasse-Fahrzeug. Wie er sich fährt? Er fährt sich eben wie ein VW-Bus, nur mal wieder einfach besser. Schon auf den ersten Metern überzeugt er durch Leichtfüßigkeit und sofortiges Wohlbefinden. Alle Bedienelemente sind an gewohnter Stelle, das Ein- und Aussteigen ist so mühelos wie das Wenden auf schmalen Grundstückseinfahrten oder das Rückwärtsfahren auf engen Feldwegen. Praktische und sinnvolle Ablagemöglichkeiten sowie Schubladen unter den Sitzen erleichtern den alltäglichen Umgang enorm. Die einfache und intuitive Bedienung der elektronischen Systeme ist fast schon selbstverständlich für Volkswagen. Die einfache und sinnvolle Ablagemöglichkeiten sowie Schubladen unter den Sitzen erleichtern den Schubladen des Schubladen des Schubladen des Schubladen des Schubladen des Schubladen des Schubladens. Das optional erhältliche adaptive Fahrwerk lässt sich auf Knopfdruck dreistufig verstellen. Man kann zwischen Komfort, Normal und Sport wählen. Die Unterschiede spürt man sehr deutlich. Rund um Stockholm feierte der Inbegriff des deutschen Allzweck-Kleinbusses, der international rund 12 Millionen Geschichten, Träume und Erlebnisse mit seiner unterstützenden Präsenz schmückt, seine dynamische Premiere. Die Preise für den VW T6 Multivan mit 5-Gang-Schaltgetriebe und 84 Diesel-PS starten bei 29.952 Euro in der Ausführung Concept-Klein. Der 2,0 Liter Diesel mit 204 PS und Allrad, die Spitzenmotorisierung also, startet hingegen erst bei 60.041 Euro. Die Preise für den VW T6 Multivan mit 5-Gang-Schaltgetriebe und 8.041 Euro. Die Preise für den VW T6 Multivan mit 5-Gang-Schaltgetriebe und 8.041 Euro. Die Preise für den VW T6 Multivan mit 5-Gang-Schaltgetriebe und 8.041 Euro.